hallo und willkommen zu einem neuen video mit mir julia und ja jetzt ist es sicherlich dass ich jetzt da seine kugel habe ja ich nehme jetzt auf meinen neuen handy auf denn ja ich habe ein neues handy es ist samsung ich weiß nicht um keine ahnung ich werde schauen was ich damit machen werde wenn ich gefällt nehme ich einfach wieder mein altes ja ich habe ein problem und zwar mit aufnahmegerät am ipad funktioniert derzeit nicht so wirklich ich bin die ganze zeit schon am versuchen woran das liegen kann ja bin noch nicht drauf gekommen also werden derzeit keine minecraft let's plays gebracht das auf glanz kann ich ja zum glück machen ja ich bin gerade in der dark monster drinnen denn ich habe vergessen anzugreifen also einmal anzugreifen habe ich das weiter mal nicht habe ich mir selbst klaren sperre bis montag gegeben ich bleibe in diesen klaren noch bis freitag oder so denn ich möchte gerne bei einem klaren muss dabei sein mal da ist ein freund von mir drinnen drinnen also jemanden den ich kenne und zwar rani rana ja der da ist ein schöner klaren da könnt ihr auch gerne reinkommen da würden sie sich gerne freuen es ist eigentlich nicht wirklich ein level bestimmt und auch nicht wirklich zumindest denke ich dass ihr könnt sie ja wird einer klaren beschreibung sehen könnt und da tiniuhrl.com tdm kog nachschauen ja kannst du auch gerne rein wenn ihr stärkere klaren sucht und ich würde sagen damit wir es ein bisschen verlängern machen wir mal einen live angriff ja das ist ein gutes dorf wenn man gold will ah ich habe jetzt ich kann ja jetzt auf pause drücken jetzt tue ich mal auf pause drücken und es jetzt gleich wieder da hoffentlich vergesse ich es dann nicht ne warte ich kann gar nicht auf pause drücken dann beende ich das ich muss mir noch überhaupt anschauen wie man das am besten macht ja jetzt sind mal wunderschöne dörfer kann ich mal dorfbewertungen so machen ja das ist ein gutes dorf halt man sollte dann nicht den bogending und den minending raus stellen barbankkönig kann ruhig draußen stehen kleinburg steht auch draußen ja und keine ahnung wie gut das verteilt sie könnten es jetzt zwar testen aber ich habe es da keinen buch dazu dann haben wir das nächste dorf da stehen luftabwehr und minenwerfer draußen das ist naja keine gute idee hat sie wahrscheinlich erst neu das ist ein gutes rad aus level 7er dorf alles passt gut aufgestellt und so weiter ich hätte aber die bogedürmer gegen die kanonen drinnen austauschen also die gegen die ja das ist ein rad aus 8er dorf was einigermaßen gut ist was gut aufgebaut ist wenn man mit luft eingreift würde ich auf dieser seite eingreifen keine ahnung ja würde ich oder auf der anderen keine ahnung ja ich will das video nicht so ganz verlängern wie das ist ein gutes dorf mir gefällt diese aufstellung aber naja naja hui diese aufstellung ist mal sehr kreativ schau da ist ja ein tannenbaum irgendwie ja 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 oder 7er dorf das könnte ich überrennen das ist jetzt ein dorf das ich angreifen werde ne spaß hat kein dunkles dabei das ist ein dorf ohne dunkles jetzt komme ich mir so vor wie 2013 da gab es nämlich noch kein dunkles jetzt wird es jetzt sagen ja das ist ein dorf das was ich jetzt angreifen werde denn das ist rad aus level 7 und ich kann nicht weiter raus zogen egal da ist ja jetzt mal einfach so rundherum das ist die rundherum taktik die ich gerne mal ausübe aber ab und zu hilft es was ab und zu nicht und ja da setzen wir jetzt mal den rest das ist jetzt mal noch da ich habe keine ich habe noch eine klaren burg aber da habe ich nur burgis und barbaren drinnen und die hätte ich gerne als verteidigung kann ja bis sie aufregender sein also ja selbst mit guten truppen kann man verkacken aber ich habe auch heilsauber und den setze ich jetzt auch ein nur der eine riese der wird da irgendwie nicht geheilt weil er ganz an der ecke steht das riese den halter wollte gerade nicht setzen wenigstens wird eine riese dann geheilt so jetzt setze ich den bogenkönig in den zugunsten ein ähm wollte jetzt nicht öffnen setze ich den barbaren könig ein luther will gleich dahin nein doch nicht dahin jetzt doch jetzt ist er dahin bogenkönig in den hundert prozent hoffentlich wenn nicht habe ich ja noch meine lakkein gut das waren keine hundert prozent die lakkein so daher ja äh 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 das finde ich jetzt nicht schön wenn das sonst keine hundert prozent werden setze ich halt jetzt die klaren burg ach kann ich jetzt nicht bei meinem live angriff verkacken obwohl das ist ja schon eigentlich theoretisch verkackt ach so unnötig äh naja wir nehmen schon acht minuten auf acht schöne minuten und dabei haben die weitergeschrieben ja das ist mal mein Funny Video Teil 2 denn ich hab keine Ahnung ja besuchen wir besuchen erst den Dominik und bewerten mal sein Dorf ja das ist sehr gut sehr gutes Dorf alles gut ausgebaut viel weiter als ich als ich gerade das acht war ja bis gut dann besuchen wir mal den Babo ja boah das ist eine schöne Dorfaufstellung meiner Meinung nach ausbauen ja Mauern da ist er glaube ich anscheinend dabei ja boah ich kann da nicht drauf tippen ich habe auch keine Ahnung ob ich diesen kleinen in diesen kleinen filmen darf aber ist mir egal denn ja aha ich wechsle dann mal global lieber Dominik du warst live dabei bei einem Video lieber Babo du auch John du hast maaaang geschrieben jetzt besuche ich dich mal gute Aufstellung Lüftervers in der Mitte Minas in der Mitte Magier Lüftersammler und Goldmühlen könntest du weiter ausbauen aber ja ist auch nicht so wichtig also ist schon wichtig aber ja 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 ey ich habe nicht mein Chat an ernsthaft mein neues Handy du bringst mich um den Verstand Emil dich besuche ich jetzt oh seit wann sieht man welche Kleinburg Truppen du hast seit dem neuen Update nicht äh nicht Kleinburg Truppen aber wo Kleinburg Truppen ne die sieht man nicht naja haupt auch eine Sache sieht man nicht ja ich habe 15% wieso habe ich 15% ich hatte noch vom Aufnehmen 20 gut 11 Minuten sind schon vergangen ist ein schönes Dorf meiner Meinung nach Luftabwehren kann ich noch ein bisschen verbessern und Mauern auch aber ansonsten prima ich hatte ein Gebüsch das will ich noch mehr geben ich bin noch gerade am Ausbau meiner Fallen ja und auch von anderen Verteidigung Truppen schau ich mal wie viel ich gespendet schon habe ich habe schon 35 gespendet dann kann ich ja einmal fordern dann bin ich noch immer im Plusbereich gut dann schreibe ich mal dass ich überhaupt um bin hi ja ja ich bin online ich habe euch bemerkt ja schreiben die hm nein ich will das Spiel nicht verlassen ich will jetzt mein Let's Play zu Ende machen jetzt fordere ich einmal unterscheiden und das ist ein paar Bucheskobel der Pekas Lakaien wahlkönnt Hexen guhlen um Lava hunde Level egal Hashtag sozial ja ich schreibe es noch ein bisschen denn sonst ist jetzt unhöflich wie geht es euch so hey ey 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 gut und der ja ja ich liebe solche Momente sie schreibt mir sie schreibt mir Andrina ist mir sie denke ich mal sie schreibt mir so wie geht's euch an ich so wie geht's euch an gut und dir naja 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 fordere ich mal da 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 und da was wir bekommen er meint Wochenende Adrina da da Lakaien dankeschön da wo geht's dankeschön danke 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 schön ja ich kann auf mein neuen Handy gerne smileys machen smiley die smiley tastas tastas tastatur geht irgendwie nicht und ich tue jetzt dieses eine dingsebums die da ausschalten dann sobald ich aufgehört habe let's playen let's aufgehört habe zu let's playen jetzt suche ich meine Truppen nachbilden hey 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 nicht mal Truppen nachbilden kann man mit dem Handy glaub das verwende ich dann nur noch zum aufnehmen ey das geht doch nicht sucht man alles umändern und das verwende ich dann nur zum aufnehmen nein nee nein nee 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 ne ich möchte das gerne antippen das dritte mal schon Na gut, ich beendere jetzt mal die Folge und schreibe ein bisschen im Klaren, damit es nicht so unhöflich ist. Also ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Clash of Clans mit mir, Julia. Und ja, ich habe doch nicht den Dreh raus, wie ich am Handy schneide und wie ich da diese Worte einfüge und so weiter. Also das muss ich mir noch anschauen, wie ich das am besten mache. Danke, Marvin. Ich bin noch nicht so wirklich dazu gekommen, es mir anzuschauen. Ich sage es mir, ich nehme jetzt mal auf, damit ich mal ein Let's Play aufnehmen kann. Ja, und zu schauen. Ich werde es dann genau so hochladen, weil ich jetzt eh nicht, was vorher ist und was nachher ist, weil ich ja jetzt da beenden könnte. Ich kann jetzt sogar ein Screenshot schicken, äh, machen. Ja, Cap to Completed. Aha. Auch im Blondesum findet man ein Korn. Ach. Na ja. Zum zweiten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Clash of Clans mit mir, Julia. Minecraft kommt nicht mehr so lange, bis ich herausgefunden habe, wie ich wieder das machen kann, weil irgendwie funktioniert das nicht mehr. Na ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Clash of Clans mit mir, Julia. Vielen Dank.